Löwen bändigende Kassel-Huskys treffen heute Abend beim ersten Heimspiel der laufenden Oberligasaison auf die Ratinger Eis-Aliens. Ratingen, ein Gegner, mit dem man in der Eishockey-Geschichte viel gemeinsam hat. Ende der 80er bis Mitte der 90er Jahre gab es, wie hier zu sehen, immer wieder klasse Spiele und Tore. Vor 20 Jahren trafen Ralf Radfuß und der damalige Publikumsliebling Dave Morrison, der damals aus Ratingen kam, des Öfteren ins Schwarze. Heiße Duelle in der 2. Bundesliga Nord mit fast der gleichen Beteiligung. Vereine wie Essen, Duisburg, Nauheim, Ratingen und Kassel kreuzen auch heute wieder die Klinge in der Oberliga West. In der heutigen Partie zeigten die Drohleute bei der Teams mal wieder eine erstklassige Leistung. Fuß rettet hier gegen Lenz Monnig und auf der Gegenseite war es immer wieder Marc Dillmann, der die Husky schier zur Verzweiflung brachte. Alex Heinrich, Peter Sikora und Michi Christ brachten die Scheibe nicht im Gehäuse von Dillmann unter. Bis zur 16. Minute, da bedient Florian Böhm Patrick Beeren, der zog am rechten Flügel auf und davon und mit einem trockenen Handgelenkschuss netzt er zum 1 zu 0 ein. Gleich zu Anfang des zweiten Drittels hat Ratingen das erste Highlight der Partie. Kassel bekommt die Scheibe trotz numerischer Überzeilen nicht aus ihrem Drittel. Das nutzt Robby Heim auf zu viel von Lenz Monnig geschickt aus und er zieht den 1 zu 1 Ausgleich in der 21. Minute. Ein spannendes und kampfbetontes Spiel an diesem Sonntagabend. Den 4400 Fans wurde von beiden Teams alles geboten. Und Marc Dillmann, der Keeper der Ice-Aliens, er hält sein Team mit seinen Paraden im Spiel. Kaum ein Husky kam an ihm heute Abend vorbei. Wenn Manuel Klinge wie hier nicht trifft, dann vielleicht sein Bruder. In der 33. Minute, jawohl. Ein herrlicher Handgelenkschuss von ihm über Dillmanns Fanghand in den rechten Giebel und das 2 zu 1 ist perfekt. Es sind nur noch wenige Sekunden im zweiten Drittel zu spielen. Da meldet sich Ratingen noch einmal zurück. Nach einer herrlichen Kombination über drei Stationen vollendet Robby Heim zum 2 zu 2 Ausgleich. In einer über weiten Strecken fähren Partie gab es leider eine Situation mit bösen Folgen für Dennis Klinge. Nach diesem leichten Check von hinten durch Willi Groß fliegt Dennis Klinge so unglücklich gegen die Bande, dass er mit Verdacht auf Wirbelsäulenschaden ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Wir alle wünschen ihm gute Besserung und hoffen, dass er bald wieder auf dem Eis steht. Im letzten Drittel war dann Spannung pur angesagt. Trotz mehrfacher Überzahlsituationen für die Huskies hat einer immer was dagegen, dass Kassel zu einem erfolgreichsten Abschluss kommt. Dillmann immer wieder Dillmann. Vier Minuten vor Ende der Partie Überzahl für die Huskies. Jamie Bartman nimmt die Auszeit und gibt letzte taktische Hinweise. Die Huskies gewinnen das Bulli. An der blauen Linie steht Stefan Robby Tail. Der zieht trocken ab und Tor. Dillmann ist bezwungen. 3 zu 2 für die Huskies. Riesenjubel im Huskiezwinger. Reicht das heute Abend? Sind das wieder drei Punkte? Ratingen versucht nochmal alles, nimmt Dillmann vom Eis für einen weiteren Feldspieler. Sechs Sekunden noch zu spielen. Ratingen gewinnt das Bulli. Schuss aus Tor von Fuß. Der wehrt die Scheibe zur Seite ab. Arthur Tegayev mit der letzten Chance und das Spiel ist aus. 6 zu 0 Punkte und 6 zu 4 Tore am ersten Wochenende. Eine beeindruckende Leistung der Kassel-Huskies, die damit die Tabellenführung in der Oberliga West übernehmen. Ein klasse Spiel beider Teams. Nächsten Freitag ist für die Huskies Spiel frei. Und am Sonntag geht es dann um 18.30 Uhr gegen den Herforder e.V.